Ach, ihr seid ja schon drauf. Gerade erst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin ja viel... Ich bin ja viel zu spät unterwegs. Ach Gott, ich hatte zu... Oha, Enderman! Nein! Jetzt lasst ihr mich bei der Leine. Ich wollte, dass du schlafen hast. Ich brauch erstmal ne Wüste. Hier steht halt einfach wirklich dieser Command-Block. Was ist das denn? Warte mal. Machst du nicht einfach Upgrades? Das erste geht mit Holz. Ja, und die können... Und ich war hier. Dann hab ich einfach zwei davon genommen. Hört mir von einem Meer aus. Kapitän erzählt. Leider nicht wo. Oh Leute, hier ist wirklich einer. Kapitän, ich komme. Oh, da ist sogar ein Wüstentempel. Ja, und? Ich bin ein genialer Mensch. Ich baue mich am anderen Ende vom Tempel hoch. Okay, Kapitän, check. Was brauche ich jetzt? Ich habe natürlich wieder mal keine To-Do-List geschrieben, was ich machen will. Boah, ich weiß, was ich mache. Ich haue einfach Barrels mit so... Mit dem ganzen Stoff und so. Was man halt so hat, ne? Und... Ähm... Wenn die Barrels voll sind... Dann kommt das einfach alles in den Energy Condenser. Ich finde, das ist ein gutes Konzept. Okay, ich muss noch ein Gelorium schmelzen. Ja, ich muss noch zwei Gelorium schmelzen. Und dann noch zwei. Weil ich den Reaktor auch von irgendwas betreiben muss am Anfang. Und... Boosh! Und jetzt sieht man, dass mein Ressource Pack funktioniert, denn... Ähm... Ich habe das nämlich umgepickst. Das ist jetzt hier keine Faithful-Textur, sondern die Textur von Sorte. Bam! 24 Blank Modules! Okay. Äh... Ich hab auch... Hab ich nicht auch schon Modular Socket? Ja, I... I know that this is, äh... Oh, fuck. RIP... Äh... Glasflaschen. RIP-Glasflaschen. Da-la-la-la-la-la-la-la-la-la... Äh... Vakuum ist nicht ganz richtig. Also dieser Mod ist so... Das ist nicht. Äh... Maschinen output. Hopper, Dispenser und Blanken Modul. Hat jemand von euch's Zoom? Nicht... War's der Brauch? Auch ein Nickel Block? Ah... Eine Spinne! Jetzt weh! Du droppst keine Strings! Nein! Oh nein! Ein Spider-Jockey! Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab drei Spinnen getötet und noch kein einziges bisschen... String. Ach... Ach... Nein, nein, nein! Alter, wie viele Kack-Monster hier sind! Die kosten nur 4 Eisen! Wo ist das teuer? Eine Kack-Duss-Sarm ist blöd. Kurzes Tutorial für Engineist Toolbox. Das ist ein Input. Der ist auf Channel 1. Das ist der Grind. Ups. Hopper. Mit Shift und rechts hier kann man die Farbe umstellen. Das ist ein Grinder. Der muss auch auf Channel 1, weil der den Input grinden soll. Das ist ein Output. Der soll auf Channel 2. Weil der soll nicht die Erze, sondern das Verarbeiter rausgeben. Äh... Da hinten ist noch nicht. Ich glaube, jetzt habe ich das erste Mal diese Maschine richtig gedient. Jetzt kommt er nicht zur... Erst Ground... Äh... Und der Crusher verdoppelt die Erze. Ja. Finde ich auch. Ich verstehe noch gar nicht ganz die Frage, aber... Ich finde es auch cool, ja? So auch. Äh... Ja, so ganz unter uns gesagt. Äh... Äh... Sind das immer noch 5... Ja, was mehr als ich habe? Ach, ich habe eine Silke-Chucke. Oh, du hast das bestimmt noch nicht gemacht. Erstmal, äh... Das reicht mir. Weg hier. Tschüss. Äh... Dann hier die Card. Dann... Hier das Nickel. Und hier der Playshot. Und... Einen Killen! Bei der Busch! Komm schon! Ach nein! Ich bin ein Idiot! Ich muss erst noch das Killmoodle reinstellen in die Socke. Ah! Toll! Jetzt habe ich gerade 4 Blöcke umsonst gemacht. Du müsst ein Takt spielen. Das ist Marvel? Da ist nicht im Ernst Marvel. Da hole ich doch hin. Wo bist du? Nach unten in der Höhle? Oh, voll! Da ist wirklich Marvel. Kommt ja bei mir... Äh... Sehr... Äh... In einem sehr strangeen Rhythmus. Immer wenn kein Glamly kommt, kommt das. Ich weiß noch nicht genau wann ich mit dem Hochladen anfange. Deswegen... Sehen wir mal was kommt. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao! Äh... Äh... what? Äh... Äh... Holz... Äh... 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 Äh...